Herzlich Willkommen zu Ellenringen. Schimmersteinkiesel ist heute dran. Der Schimmerstein kanalisiert die Magie und beschießt Gegner mit magischen Projektilen. Diese Zauberei kann wiederholt und in Bewegung gewirkt werden. Auf geht's würde ich sagen. Wunderbar. Da hinten geht er nicht hin. Ja, und schon haben wir die ganze Banne am Hals. Nö, also da habe ich jetzt keine Lust drauf. Pech gehabt. Jo, und für mich bleibt noch eins übrig. Wo kriegen wir diesen Zauber her? Der ist zum einen Standard bei dem Astrologen. Also wenn ihr mit dem Astrologen startet, dann habt ihr den Zauber sowieso schon. Wo es den aber noch gibt, zeige ich gleich. Ich befinde mich jetzt hier in der Reihe Lucaria und zwar bei Cellen oder wie ihr wollt auch bei Renala. Na, also die hat hier den größten Anteil bei mir. Ja, 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 ja. So, und da haben wir Schimmerstein Kiesel für 1.000. Ich habe da schon mal gezeigt in anderen Videos, was hier alles noch zu haben ist. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht erst mal ändern. Die meisten Sachen sind bei mir jedenfalls zu haben. Der Zauberer Topaz könnte ihn auch haben, innerhalb seiner Questline. Aber ihr könnt ihn auch erschlagen. Dann ist das bei den Zwillingsjungfernhöhlen abzuholen, das Ding, nachdem man die Klangperle bei denen abgegeben hat. Das geht natürlich auch. Und ich beende jetzt hier mein Video und sage herzlichen Dank. Danke.